Was ist das Erste, woran du dich erinnerst? Feuer. Wie heißt du? Kristen. Willkommen auf der Station. Deinem neuen Zuhause. Warum bin ich hier? Du bringst sie nicht dazu, dir irgendwas zu sagen. Manchmal kommen Leute, die sie wegbringen, nicht wieder. An deiner Stelle würde ich mich in Acht nehmen. Hier gibt's einen Geist. Offenbar glaubst du, dass du das gesehen hast. Ich bin nicht verrückt. Sie ist die Letzte, die rausgekommen ist. Sie war eine von uns, aber ist jetzt weg. Und jetzt wird sie uns alle umbringen. Du musst damit fertig werden. Wir müssen hier verschwinden. Ja! In die Zwangsjacke mit ihr. Nein! Das war doch gar nicht so schlimm. Oh! Oh!